Herzlich Willkommen beim Podcast Fotografie pur. Heute geht es um das Thema Exzellenz. Und was ich damit genau meine, das erläutere ich in diesem Podcast. Es geht nämlich wie immer in diesem Podcast oder wie meistens um die Themen Job, Business als Fotograf oder eben auch als Künstler sich zu positionieren. Und da gibt es natürlich sehr viel drüber zu sagen, aber einen Aspekt möchte ich heute ganz besonders herausstellen. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Das freut mich besonders, denn heute wird es mal wieder richtig spannend, denn ich spreche ein Kernthema an, das immer wieder in meinem Podcast auftaucht, aber ich beleuchte es von verschiedenen Seiten. Heute geht es einfach darum, wie man sich präsentiert. Und mit dem Thema Exzellenz meine ich natürlich nicht ein anderes Wort für mein König, sondern ich meine, wie man sich präsentiert und dass man wirklich nur die allerbesten Bilder und die besten Arbeiten präsentiert. Das heißt, dass man sein Können möglichst scharf zusammenfasst und an die Öffentlichkeit bringt. In Form von Fotos natürlich auf der Webseite oder auf den sozialen Medien, auf den Profilen. Und da habe ich mich mal sehr intensiv bei erfolgreichen Fotografen umgeschaut. Was da so alles bei rausgekommen ist, ja, man kann sich es eigentlich schon denken, wenn man die ganz, je erfolgreicher ein Fotograf ist, sagen wir es mal so, desto weniger Bilder werden Sie auf seiner Webseite sehen. Ein erfolgreicher Fotograf wird immer nur die aktuellen Arbeiten und die Arbeiten zeigen, die am allermeisten Öffentlichkeit haben, die am allermeisten Wirkung haben. Das ist natürlich jetzt einfach gesagt, also ich könnte Ihnen jetzt sagen, okay, nehmen Sie einfach nur Ihre Vogue-Cover, die Sie fotografiert haben und setzen Sie die auf die Webseite, dann klappt es. Okay, so viel dazu. Natürlich haben wir jetzt nicht alle jede Menge Vogue-Cover fotografiert. Übrigens, zu diesem Thema muss ich einen kleinen Einwurf machen. Vermeiden Sie es, auf Ihrer Webseite Fake-Zeitschriften-Cover zu erstellen und zu veröffentlichen. Das ist vielleicht ganz witzig, um Freunde zu beeindrucken, aber sie werden damit nicht an die wirklichen Jobs rankommen. Aber ich denke, das ist klar, obwohl das sehr oft zu sehen ist. Aber wenn man wirklich gute Fotografen sich anschaut, die in der Werbung oder in der Kunst unterwegs sind oder in der Mode, dann ist eben genau das. Auf diesen Seiten finden Sie erstens mal relativ wenige Fotos. Also die Leute sind schon sehr lange im Geschäft und die haben wahrscheinlich Tausende von guten Fotos. Es sind sehr wenige Fotos und das Ganze wirkt sehr stimmig. Warum ist das nicht so selbstverständlich? Wenn man, so ging es mir eigentlich auch und ging es mir auch früher, sehr vielseitig ist. Man macht ja viele tolle Projekte und man findet seine Bilder selber auch ganz klasse und ist immer stolz auf die neuesten Bilder und möchte dann auch alles der Welt zeigen. Aber nicht alles, was wir produzieren, ist wirklich auch Spitze. Und mit Spitze meine ich auch in Form von Spitze unseres eigenen Werkes. Also das sind nicht immer die besten Bilder, die wir gemacht haben. Und jetzt ist es eigentlich unsere Aufgabe, zum einen zu sagen, wir selektieren die besten Arbeiten und wir stellen die so zusammen, dass es ein stimmiges Bild gibt. Und Kunden lieben es dann doch immer wieder in Schubladen zu denken. Das heißt, wenn sie einen Job möchten, zum Beispiel als Hochzeitsfotograf, und sie haben eine Startseite mit wunderschönen Bildern, bei denen aber 95 Prozent andere Bilder sind, also Tierbilder, Sportbilder, Reisefotografie, Landschaftsfotografie und 5 Prozent Hochzeitsbilder, dann ist der Kunde schon mal irritiert. Ich denke, das ist auch klar, man sollte wirklich auch fokussieren. Das heißt, wenn Sie Hochzeitsfotograf sind und vielleicht haben Sie noch gar nicht so viele extrem gute Hochzeitsbilder, dann machen Sie es doch ganz einfach. Nehmen Sie eine Startseite für Hochzeitsfotos und posten Sie ein richtig Hammerbild oder zwei oder drei. Sie brauchen nicht mehr. Wenn der Kunde begeistert ist, dann wird er Sie kontaktieren. Also lieber wenige richtig gute als jede Menge, so und nach unten wird es dann immer schlechter. Das ist das eine. Natürlich können Sie sagen, ja, ich arbeite in verschiedenen Bereichen. Dann gibt es aber eine gute Möglichkeit, dann machen Sie verschiedene Portfolios. Sie können ja in Ihrem Menü sagen Hochzeitsfotografie, Fotografie, Familien, Tiere, Kinder. Und dann klicken die Leute drauf und sehen eben nur diese Bilder. Also man selektiert die Themen, man wählt wirklich nur die besten Bilder und man stellt die auch so zusammen, dass sie grafisch auch gut zusammenpassen, dass es also ein stimmiges Gesamtbild gibt. Ich möchte in diesem Zusammenhang vielleicht mal wieder einen Fotografen vorstellen. Ich glaube, ich mache mir das zur Gewohnheit und werde in den meisten Podcasts, die ich hier mache, immer wieder mal einen Fotografen vorstellen, den Sie sich anschauen können. Ob Sie die mögen oder nicht, bleibt Ihnen überlassen. Aber ein Fotograf, der das auch sehr schön macht, das ist Chris Knight. Chris Knight ist im Moment ganz populär. Der macht auch sehr viel Werbung in den sozialen Medien. Ich denke, er macht das ganz gut. Er verkauft Workshops. Und Chris Knight ist ein Fotograf, der das klassische Licht beherrscht wie kaum ein anderer. Und das fasziniert mich besonders, weil ich selber ja auch so ein bisschen ein bekennender Lichtmensch bin. Für mich ist das Licht immer wichtiger als die Fototechnik selber. Und Chris Knight ist einer. Ich verlinke wieder die Webseite unter diesem Podcast oder eben auch auf YouTube unter diesem Video. Und schauen Sie sich das mal an. Und wenn Sie die Startseite von Chris Knight starten, also öffnen, dann haben Sie natürlich sehr viele verschiedene Bilder aus verschiedenen Genres. Er macht Werbung. Er macht natürlich sehr viel Porträt. Und er macht auch ein bisschen Mode. Und bis auf ein paar wenige Ausreißer auf dieser Seite sind alle Bilder in einer ähnlichen Stimmung. Und wenn man sich dann die Ausreißer mal anschaut, dann sind das eben besonders berühmte Persönlichkeiten. Also Bilder, die auch so ihre Wirkung haben. Wenn Sie die Seite anschauen, ich glaube, dann merken Sie, was ich meine. Und dann hat er einfach unterteilt in Porträt. Wenn Sie auf Porträt gehen, dann wird es noch stimmiger. Dann haben Sie also tatsächlich lauter schöne Porträtbilder in Farbe und Schwarz-Weiß, die ein schönes Gesamtbild geben. Dann gibt es eben auch noch Fashion, Advertising. Und auch da ist der Gesamteindruck jetzt nicht monoton, aber durchaus stimmig. Und das meine ich eben damit. Und machen Sie da wirklich auch nur die besten Bilder rein. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem ganz wichtigen zweiten oder Folgepunkt. Und das ist das, was ganz viele mir sagen. Und wo ich oft angesprochen werde, sagen die Leute, ja, es ist ja schön, aber wie wähle ich denn die besten Fotos aus? Kann man natürlich einfach sagen, ja, nimm einfach die besten fertig. Aber es ist wirklich, wenn man nicht sehr lange im Geschäft ist, verdammt schwer, seine eigenen besten Bilder zu finden. Und zwar auch deswegen, weil man mit seinen Bildern ja immer etwas Persönliches verbindet. Ich habe ein super tolles Shooting gehabt. Das war ganz angenehm. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dieses positive Gefühl, das ist natürlich auch in dem Bild für Sie selber drin. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es ein Bild ist oder eine Serie, die auch der mögliche Kunde versteht. Und das ist eben ganz wichtig. Deswegen das Aussuchen von Bildern, das Reduzieren von vielen Bildern auf ein paar wenige Gute ist richtig Arbeit. Es gibt da mehrere Methoden, die habe ich auch schon angesprochen. Und ich werde in meinem neuen Kurs, der jetzt bald startet, der Kreativitätsbooster, wo man eben Kreativität in sechs Monaten intensiv übt und lernt. In diesem Kurs werde ich da noch genauer drauf eingehen. Aber Sie können ja Ihre Bilder, das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast angesprochen, einfach mal ausdrucken, nebeneinander legen und schauen, welche stechen am besten hervor. Welche versteht man am einfachsten? Sie können aber auch andere Leute fragen. Sie können Profis und Nicht-Profis fragen. Also das ist ein Prozess. Es geht nicht schnell. Lassen Sie sich Zeit. Suchen Sie lange, bis Sie die besten Bilder haben. Und haben Sie keine Angst, wenn es nur zehn Bilder auf Ihrer gesamten Webseite sind. Das ist völlig okay. Ganz große Fotografen, und es gibt einige davon, wenn man da rangeht, die haben fast gar nichts. Die haben ein paar Publikationen und noch ein paar Einzelfotos und das war's. Die definieren sich eher über das, was sie veröffentlichen in Zeitschriften und in Ausstellungen und so weiter. Aber dieses Reduzieren macht eben auch gleichzeitig einen sehr professionellen Eindruck. Also nicht zu vieles und zu buntes zeigen. Mit zu bunt meine ich jetzt nicht farbig. Mit zu bunt meine ich zu unterschiedlich zeigen. Und sich erstmal wirklich so konzentrieren. Sie können ja dann jederzeit, wenn Sie sagen, ich kann auch noch was anderes gut, noch eine zweite Unterseite starten, wo Sie das zeigen. Aber das ist eben der Hauptpunkt. Und das ist das, was so die Exzellenz auch ausmacht. Diese Exzellenz ist eben das, was mich gegenüber anderen Mitbewerbern hervorhebt. Und das ist meine Visitenkarte, die zeigt, dass ich etwas kann. Und eines der ganz wichtigen Eigenschaften guter professioneller Fotografen, egal ob kommerziell oder Künstler, ist eben, dass sie sehr fokussiert arbeiten können. Der Kunde erwartet ja auch, dass er das bekommt, für was er sie gebucht hat. Also nicht, dass Sie sagen, ja, das Bild habe ich mal gemacht. Das ist auch sehr schön. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Damit kann der Kunde nichts anfangen. Der Kunde muss wissen, der macht den Stil und der kann ihn auch immer wieder reproduzieren, auch mit meinen komischen Klamotten, die ich bewerben will. Ja, also mal blöd gesagt. Also meistens ist ja das Kommerzielle nicht ganz so kreativ, wie das, was Sie selber gemacht haben. Aber auch da müssen Sie diesen Stil und diese Qualität rüberbringen. Ja, also sehr viele Worte. Und ich glaube aber, es ist verständlich, was damit gemeint ist. Das heißt aber auch, machen Sie nicht zu viel verschiedene Themen. Konzentrieren Sie sich erstmal auf eins. Und wenn Sie merken, da fehlen mir noch ein paar richtig gute Bilder, dann machen Sie die. Scheuen Sie nicht davor zurück, auch mal Models zu buchen, eine Location zu buchen und wirklich richtig gute Bilder zu machen. Und schauen Sie sich eben Fotografen an, die ähnliche Sachen machen und gehen Sie eben auf dieses Qualitätsniveau. Also viele machen auch den Fehler, das sehe ich sehr oft, dass sie sagen, ja, ich tue jetzt Bilder auf meine Homepage, die zum Beispiel mein Kunde, also wenn man jetzt im Privatkundengeschäft ist, sehr schön fanden. Aber das sind Bilder, die sind ganz nett, aber die sind nicht so, dass man sagen kann, wow, der kann echt noch einen Ticken mehr als andere. Und da muss man eben über dieses, naja, hat der Familie gefallen, die ich auf der Hochzeit fotografiert habe, reicht meistens nicht aus. Also da gibt es viel zu tun, viel Arbeit und es ist wirklich ein Prozess und es geht nicht schnell. Aber wenn Sie was erreichen wollen, ich glaube, da muss man da durchgehen. Und wie immer eben immer viel schauen, viele Fotografen Portfolios anschauen, Bücher kaufen, Webseiten anschauen. Das ist, glaube ich, sehr essentiell, um eben nicht irgendwann immer so in seiner eigenen Suppe und in seinem eigenen Umfeld zu kochen. Das hat nämlich den Nachteil, man ist gerne in so einer Friendzone oder in so einer Gemütlichkeitszone, wo man sagt, hier finden mich alle gut und da bleibe ich. Ja, so kommen Sie dann nicht wirklich viel weiter. Ja, das waren wieder mal ernste Worte. Aber ich denke, wenn man wirklich erfolgreich sein möchte, also wirtschaftlich erfolgreich sein möchte als Künstler oder Fotograf, dann ist man eben nicht in dieser Komfortzone drin. Dann muss man da halt einfach auch mal raus. Ja, das ist es, was ich Ihnen mitgeben wollte und freue mich natürlich auch über Bewertungen und Kommentare auf iTunes, auf Spotify oder eben auch auf YouTube. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in Fotografie pur und der X-Lab Akademie. Rüdiger Schestag. Rüdiger Schestag. Rüdiger Schestag. Rüdiger Schestag.